ja ja hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play was wir heute machen werden ja es heißt Creativerse und wir werden uns erstmal eine neue Karte erstellen ja ich kenne das Spiel noch selber und nicht ich nenne es mal Let's Play so und ja dann machen wir eine neue Welt und spielen ein bisschen Creativerse ich kenne das Spiel noch selber gar nicht ich bin sehr gespannt weil das ja erst jetzt neu rausgekommen ist also als wie soll ich sagen ist sie gratis rausgekommen Endlich ist die Ehrlich Access vorbei und die können zocken also Creativerse zocken Don't let Pixie use the teleporter Leute ich kenne mich gar nicht aus also das heißt wir können uns richtig also wenn man mit Arm zu erleben und Kram und was auch immer ich weiß gar nicht wo uns da geht und ja wow das ist ein Arsch in der Welt gelandet so wir gehen mal ja ich kann das Spiel noch selber nicht so gut also und das hängt ok es hängt zu mal ich glaube ich muss nochmal weg in die sich gehen wir gehen jetzt mal hier rum zack 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 ich habe das hier mal letztlich mal auf ich baum als ich es wirklich ab ich weiß noch nicht wir bauen einfach mal hier ab wir bauen einfach diese hier ab weiter rauf zack zack so ich weiß gar nicht worum es hier geht ich glaube wir müssen drüben Holz sammeln wie bei Minecraft ich weiß echt nicht wie das geht aber wir werden es dann erkunden und ja wir werden gucken was uns hier erwartet oben rechts seht ihr das ist halt mal so schön ja 6.10 Uhr die Zeit läuft sehr schnell sie müssen aufpassen und ja wer unten sieht ist da unten die Ausdauer und da ist die Lebendleistung ja ich das wird echt hier lustig mit Hummel leisten ja wie ihr seht ist das Tier gefährlich können wir das töten es greift an das ist schlecht wir suchen das mal jetzt zu töten hier wird ein spannender Kampf ja okay es hängt gerade manchmal so wir haben ihn fast noch ein bisschen kommt schon Fleisch ja wir haben es geschafft nur zweimal Leben verloren und so was ist da so ein bisschen Holz und eine komische Karte ja wir nehmen das mal mit also ne was ist da drin okay Leder ja wir nehmen einfach mal alles mit so jetzt gucken wir mal um das für ein Haus bauen ich weiß wie es geht tut mir leid Leute ich weiß echt nicht wie es geht weil ich immer wie man den Inventar öffnet so wie kann man die bauen ich bin ich nicht hier warum dafür die Lillianen sehr cool Sachen hier drin muss ich sagen dann werden uns erstmal neue Waffen versorgen indem wir zu Höhlen gehen ja wie Minecraft einfach ein bisschen anders so jetzt gehen wir schon hier, zack, oder so komische Schweine, die es mal war, jetzt mal wir haben genug gekriegt ich weiß bloß nicht, wo man hier diese Sachen herkriegt Lian, wo er, was denkt, wo er, wo er wir in Lian kriegen so gar keine Idee, das muss ich sagen ja, wir gehen jetzt mal hier einen schönen Ball dran vielleicht hängt das ein bisschen, aber wenn es zu sehr hängen sollte, dann mach ich einfach die Grafik ein bisschen runter du kannst es da abbauen nein, bitte nicht jetzt du musst das mit dem Minister ja, ja tatsächlich, nehmen wir ein paar davon mit dann haben wir schon etwas endlich mal gebaut ja wir haben gerade ein bisschen, aber das macht nicht so wir bauen unser erstes unsere erste Waffe glaube ich mal, oder wir brauchen, was brauchen wir dafür eine Lineale und die finalen Zupfer bauen wir mal Steine, also wir können immer vorbeifahren, sehe ich sie gerade ja, sonst gucken wir mal wir haben es ja jetzt gebaut, oder, wo ist das ach so, das ist so ähm Untergrund So, was benutzen wir jetzt mal Neu schweck für uns, das ist immer gut ich versuche jetzt mal nichts zu töten, wir müssen uns erstmal mit einem Bunker bauen ja, das will ich besser ausrüsten so, aber ich weiß es nicht aufhören so, wie geht es sich schon mal einiges ich bin mir jetzt erstmal nicht tot, weil ich habe alles zu reflektieren und ich kenne die gar nicht ja, wir gucken okay, das war nicht gut sogar gar nicht gut wie ist denn Pilze, können wir die mitnehmen äh, wo, ich kann mich hier in der Steuerung nicht äh okay, tap können wir die essen das passiert nochmal wir können die essen, wir halt leben wer hat es gedacht, Leute wir haben schon mal was da rausgefunden, kenne ich zwar nicht wir essen mal ein paar davon ich verstehe alles, es geht Pixi wie heißt er oh Gott, und da wir lassen das mal aus und gucken, dass wir einen kleinen Bunker machen wir lassen noch nehmen ich nehme mal ganz kurz mit ich kenne die Steuerung hier gar nicht und das ich habe mich halt nicht so aus bei diesem Spiel, Leute hat man mal jetzt das Spiel noch nicht mal angesehen einfach mal angesehen dass das gut ist ich glaube, das ist es auch jetzt rüsten wir unser schönes Schwärzchen wieder aus und ja, ich muss mal gucken, wie man ein Haus baut also, wir können das dann auch irgendwann bauen ich muss mal ganz kurz gucken, wie man die baut drei stein drei stein was steht da? rock's the rock okay, die machen wir erstmal nicht jetzt ist das wir müssen wir brauchen zwei 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 mal ein bisschen 70 Grad diese Künstler er will auch nicht alles machen man will ja gerne zum Glück obwohl ich so gut sie haben geht es eigentlich noch einigermaßen wir gucken mal jetzt was wir so machen wenn wir mal sagen müssen überleben so zu überleben mit dem einigen zau ich bin ich weiß nicht nicht bei mir Leitling und davon so war tot ist gebaut wenn du mit dem wenn wir sie irgendwann brauchen. Ja, wir gucken jetzt mal, dass wir erstmal einen kleinen Bunker bauen, irgendwie. So, ich mach mein Schwert, sowas im Beispiel, dieses Tier da zu killen. Ja, mit Glück haben, ist das Tier ja blöd und wir schaffen es. Tatsächlich nicht, oder doch nicht. Oh Gott, es tötet uns. Wir haben genug Pilze. Okay, in Wasser wollte ich das nicht rein gehen. Komm schon. Gewinn die Schlacht. Ja, wir haben es tatsächlich gewonnen. Und was ist da so drin? Zollpils und Leder. Immer wieder gerne. So, wir werden jetzt erstmal ein bisschen Gras sammeln. Wir werden erstmal so eine Schrottshöhle bauen. Ja, ich will überleben, würde ich alles machen. Das ist erstmal so eine Sammelrunde, wenn man auch Sachen entdecken. Guck drauf an. Weil ja, Kretchen, was gerade ist. Ich hab ewig davon geworfen, man kann es ja eigentlich kaufen. Aber, ja, die Early Access ist schon vorbei. Und ja, Brown Maschine. Wir werden uns ein bisschen Platz machen. Und eine kleine Höhle bauen. Ja, ich kann leider... Ja, das ist Kretchen, was Kretchen ist geworden. Und ja, wenn man ungeduldig ist und ich hatte Bock zu warten, wenn es Kretchen ist, dann hat man es einfach gekauft. Aber jetzt ist es Kretchen geworden. Also, alle, die, die schon gekauft haben, ist ein bisschen blöd, weil man kann ja einfach warten. Okay, vielleicht auch wie bei Black Ops 3, wenn da die neue Karte kommt, dann kann man vielleicht auch nicht warten. Aber hier kann man ja noch warten. Und, was sagt ihr, Leute? Ich finde das schon... Ja, das ist ein Baume. Ich kann das... Wir machen das einfach so. Und ich will unsere Fackeln... Fackeln... ...lusten. Ich weiß, hier nicht so hängen, leider. Ach so, ich kann es selber. Oh, das ist weg. Gut. Das ist jetzt mal ein paar Fackeln. Äh. Äh. Auf zu hängen? Nein. Nein. Okay, gut. Geht ja doch. Ja. Eigentlich ist es schon... Ich würde sagen. Ich habe irgendwie gehört, dass es hier so einen Teleporter gibt, das man machen kann. Ich würde es mir mal... Wow. 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 Und ja, wir werden uns... Nein, ich verkünde nicht. Und ja, wir werden uns ein bisschen erkunden. Ein bisschen Fleisch zu werden, damit wir übernehmen wollen. Hier gibt es... Ja. Egal. Hier ist das einfach noch eine Hitze. Ja. Ich denke mal, zwei reichen erst mal. Und ich mache mal hier weiter. Ich denke mal, es reicht erst mal. Was mögen diese braunen Mushrooms? Hm. Ich gucke kurz hier im Inventar, was wir crafting so machen. Oder crafting. Ich möchte schon gerne was Neues bauen. Rockstar. Ich möchte mal gucken. Block of Garth. Und... Catched Wall. Ach so, so machen wir. Ja, gut. Ich gehe jetzt mal ein bisschen raus. Ich kann, glaube ich, auch Teleporter-Notreize. Ich kann, glaube ich, auch Teleporter-Notreize. Tatsächlich mit Noten-Trei. Wir machen da einen Teleporter-Notreize. Ich gehe weiter. Ähm. Okay. So, wir tun erst mal das nächste Tier. Wir... 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 Lass mal diese Tiere abschlachten. Wir werden den Kampf gewinnen. Ja. Meistens ist das sowieso klar, dass wir gewinnen, aber manchmal hängt es. Das Tier ist zu blöd. Alter, was mache ich hier? Wow. Wow. Was ist das denn? Ah ja. Ja. Wir nehmen einfach alles mit und ja. Wir werden noch ein Tier schlachten und dann... Ja. Dann werde ich erst mal die Folge... Ah, hier. Oben. Seht ihr das da oben? Da können wir sehen, wo wir unser... Unser... Ja. Unser... Gebaut haben. Unser schönes, schönes Haus. Also im Westen. Okay. Im Westen haben wir es gebaut. Äh... Okay. Ich wollte meine Hand ausrüsten und nicht... Block setzen. Aber wir nehmen ein paar Pilzen. Ihr habt ihr erst mal ein paar... Chum. 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 Das reicht. Ja, zum Fallen, wie gesagt... Ja, ich lasse es auf diese Folge hier hoch. Ich mache jetzt keine... Keine Sachen. Und ja, dann sehen wir uns... Hm. Irgendwann bei der nächsten Folge wieder. Und ja. Dann tschau mit V. Ich los. Ja. Ich.